und damit herzlich willkommen zu einem let's play das da heißt parasocial okay ich muss den stream starten ich bin ein streamer girl das irgendwann von einem stalker genervt wird denn ich habe mich schon ein bisschen spoilern lassen ich konnte leider nicht an das nie ist es tut mir leid aber ich breite das jetzt mal zu whatsapp nachrichten oder was auch immer asuka dass ich gemacht habe steht im kühlschrank oder ist im kühlschrank okay dann die mama die mama ich habe meiner mama geschrieben ich habe mehr als 5000 abos und sie spielst du immer noch deine spiele im internet du musst langsam mal erwachsen werden und dir eine richtige arbeit suchen ja mama oh chillers kaffee oh man ey wie gern hätte ich jetzt ein stück kuchen und kaffee oh yeah und rick rick ja keine ahnung lass uns lass es uns doch noch mal versuchen okay scheinbar der ex ex-freund würde stirbt weg space gut so wir essen jetzt natürlich erst mal das essen von der asuka okay juhu was ist hier oh tschüss ja wie dem auch sei ja ich bin ein kleines streamer girl das irgendwann übel gestalkt wird was ist hier toilette okay ja ich bin mal gespannt ob ich mir in die hülse mache oder nicht naja streamer live ich bin mir im kühlschrank okay eigentlich nicht so okay so jetzt esse ich erstmal was so denn ja ich will aber erstmal noch hier das weiß ich dass das geht auf dem balkon okay ich weiß nicht ob das jetzt okay jetzt ist besser ja so kann ich das gefällt mir was besser oh yeah jetzt gehe ich an mein pc ja ich möchte natürlich streamen nein hallo ja okay notiz vor jedem stream virtua virtua mi starten ein spiel bereit haben und den stream starten also virtua mi ist hier hoch da bin ja ich transform mein model ist super süß egal wie oft ich es sehe es war das geld wert und sandra nina ist ein super name heute wird es ein guter stream die 10.000 abos schaffe ich locker flockig so dann das spiel wart mal da huch pixel 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 wenn ich mich recht entsinne kann man in dem spiel nicht speichern das nervt mhm chancel schaffe ich gebe heute mein bestes ich muss noch zwei zettel finden Hoffentlich kann ich es heute durchspielen. Okay, okay. Wir gehen mal durch die... Oh, okay. Nur noch zwei Stück. Alles klar. Hi, Chat! Fast geschafft. E. I love Nina, okay. Okay. Kann ich laufen? Ja, 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 ja. Lauf, 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 lauf. Ja, ich renne doch, ich renne doch. Ja. Lauf, 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 lauf. Okay, noch gerade mal so entkommen. Was ist hier? Oh nein, oh nein. Äh. Nein. Ich bin gestorben. Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen. Nicht speichern zu können, ihr seid mies. So. Okay. Das Spiel ist absolut nichts für mich. Nie. Habt ihr andere Vorschläge? Vorschläge für andere? Okay, habt ihr eine Idee? I love Nina. Wenn du Lust hast, probier das hier aus. What? Horrorspiel für sein Ranina. Der Plan ist es, das Spiel für jeden Stream zu updaten. Ich hoffe, es gefällt dir. Keine. Mal schauen. Ah? New Games. Die Seite benutze ich immer. Das Spiel probiere ich jetzt zu downloaden. Okay. Download. Oh mein Gott. So. Es wurde ein neues. Ein neues Spiel wurde installiert. So rum. Haha. Warte mal. Ganz kurz. Ne, das geht jetzt nicht. Äh. Äh. Was? Kannst du raus? Schau mal beim Eingang. Hm? Äh. Oh. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Stift, stift, stift. Grün. Ist. Vier. Sag jetzt mal so. Grün ist vier. Gibt es hier noch irgendwas? Was ist hier? Was ist hier? Hallo? Ihr seidlich kann ich nicht, ne? Okay. Hallo. Was? Äh. Ganz kurz. Okay. Ne, fünf. Fünf. Gut. Das hat bestimmt was zu bedeuten mit der Farbe. Hm. Ich hab immer die blöde Maus, äh, Hand weg. So, warte mal hier. Die Bude ist total abgeranzt. Okay, hier auf dem Stuhl ist noch was. Hm. Okay. Blau. Blau. Vier, sieben, fünf. Hab ich schon. Ich hab noch irgendeine Zahl bestimmt. Äh. Ich hab schon blöder. Wo find ich die Zahl? Was ist hier? Hier ist nix, ne? Hallo? Hoch, runter kann ich nicht schauen, oder? Äh, scheitern, schande, nein. Scheiße, wollte ich ja nicht sagen. Hallo? Ähm. Hier vielleicht? Ich drühe, hallo? Nee. Warte mal ganz kurz gucken. Yeah. Huhu, meine Bude. Ähm. Hier bei den Müllsäcken vielleicht? Alter, verhalter. Nee. Nee. Und hier. Ach nee, ich dachte... Okay. Ich dachte jetzt im ersten Moment, da wäre auch eine Lücke wie bei dem einen Raum, wo die fünf drin ist. Kann ich hier? Nee. Krampf. Jetzt schon Krampf in den Händen? Hm. Was ist hier? What the fuck? Ne, 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 ne. Gut. Zeppelino. Ach nein, ich darf die Maus nicht berühren. Hallo? So. Ach so, okay. E. Hallo? Will das Ding mich verarschen? Hä? Das Spiel will mich verarschen. Aha. Also, okay. Rot ist... Fünf. E. Blau ist sieben. Gelb ist drei. Ja. Und grün ist... Vier. Okay. Ich hab's dorst gespielt. Äh, der Chat geht grad ab. Oh, Karl. Das war richtig gruselig. Es geht aber noch weiter, oder? Was? Mein Gesicht? Ja. 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 So was sollte eigentlich schnisch passieren. Hm. Space, wer schreibt mir jetzt? Fuck. Unbekannt. Spiel meine Spiele im Streamen weiter, sonst wird das dir leid tun. Du kannst nicht mal auf. Oh. Es ist was Blödes passiert. Man konnte plötzlich mein Gesicht im Streamen sehen. Äh... Äh... Mir hat auch jemand seltsame Nachrichten geschickt. Was? Was soll ich... Tun? Das macht mir echt Angst. Das ist gar nicht gut. Tut mir leid. Ich bin gerade auf der Arbeit. Können wir uns morgen treffen? Wir spr- Wir besprechen das morgen persönlich. Mach dir nicht so viele Gedanken. Alles klar. Danke. Äh... What? Ja. Warum klingelt jetzt Anna an meiner Haustür? Da klingelt jetzt jemand an der Haustür. Da steht jemand. Der kniet da. Oh, scheiße, ey. Ich werde immer auf dich aufpassen. Was soll der Scheiß? Sö mal, kann ich den hier sehen? Okay. Der wäre gar nicht klingelt. Bla, bla, bla. Müll rausbringen. Okay. Welche neue Nachrichten habe ich denn jetzt schon wieder? Mich zu blockieren bringt nichts. Hör einfach auf. Das, was ich sage. Scheiße, blockieren kann ich denn nicht mehr. Aha. Boah, okay. Okay. So, ich würde sagen, bringen wir mal den Müll raus. Hier sammeln. Da ist noch Müll rein da. Gibt es hier noch Müll? Ja, klar. Wem baut? So. Auf der Gästetoilette hier noch irgendwas an Müll? Nee. In meinem Horrorzimmer? Oh mein, nein, 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 nein. Alter, nein. Oh. Okay. Ich würde sagen, bevor wir... Irgendwo muss ja noch Müll sein, oder? Hier am Computertisch habe ich alles noch. Ich würde sagen, bevor wir jetzt rausgehen, den Müll rausbringen, verabschiede ich mich in der nächsten Folge. Bis denne. Und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.